Wenn Sie wissen möchten, wie Sie Ihren Alterungsprozess verlangsamen können, dann schauen Sie sich dieses Video unbedingt bis zum Ende an. Ich habe in den letzten Wochen ein Produkt getestet von der Firma AVEA, das MNN. Und ich bin absolut begeistert von der Wirkung, denn das MNN hat extrem viele wichtige Eigenschaften, um den Alterungsprozess verlangsamen zu können. Und daneben hat es noch x weitere Vorteile, die ich Ihnen in diesem Video vorstellen werde. Und warum es von der Firma AVEA so besonders ist, darauf werde ich auch in diesem Video eingehen. Aber wie hat das MNN jetzt bei mir gewirkt? Ich nehme das Produkt jetzt seit knapp etwas über drei Wochen und ich merke jetzt insbesondere in der dritten Woche, dass sich mein Energieniveau deutlich verbessert hat, wie zuvor, als auch mein Konzentrationsniveau. Und dementsprechend kann ich da schon sagen, ich komme einfach viel besser nochmal durch den Tag, wie auch schon vorher. Und das ist wirklich ein richtiger Booster für mich. Vor allem alle Familien werden das wissen, wenn man kleine Kinder zu Hause hat und in der Nacht weniger schläft, ist das sehr, sehr wertvoll, auch wenn man vielleicht mit fünf, sechs Stunden auch auskommt und da trotzdem noch ein gutes Energieniveau hat, ist das sehr wertvoll, so wie bei mir auch. Und dementsprechend bin ich da sehr, sehr dankbar. Das heißt, mein Energieniveau, sowohl im Alltag als auch im Sport, ist einfach deutlich gesteigert. Außerdem ist es so, dass meine Konzentration sich deutlich verbessert hat. Ich lerne beispielsweise noch Portugiesisch als Fremdsprache oder beispielsweise auch solche Videos vorzubereiten. Auch das erfordert viel Konzentration. Und ich merke da schon gewisse Unterschiede, dass ich da leichter mir die Wörter merken kann. Auch, dass ich leichter in Portugiesisch sprechen kann, was mir vorher schwerer gefallen ist. Und einfach im Alltag merke ich das, dass ich mir leichter noch mehr Sachen merken kann und einfach strukturierter dadurch bin. Was ich auch merke ist, dass meine Regeneration sich verbessert hat, vor allem nach dem Sport. Beispielsweise hatte ich hier, wenn ich meine Brustmuskulatur trainiert habe, vor allem durch Bankdrücken beispielsweise, hier hatte ich häufiger Muskelkater und ich merke halt mit dem gleichen Gewicht oder auch mehr Intensität, ist es so, dass ich weniger lange Muskelkater habe und dadurch merke ich halt einfach, dass sich meine Regeneration dadurch verbessert hat. Außerdem habe ich das Gefühl, dass mein Hautbild einfach nochmal ein bisschen vitaler geworden ist, noch strahlender. Und ich finde, dadurch ist mein Hautbild einfach noch deutlich besser geworden. Aber was ist NMN überhaupt und warum ist es so verdammt wichtig, dass man davon genug im Körper hat? NMN ist letztendlich eine natürliche Verbindung, die man auch über die Nahrung aufnehmen kann. Allerdings nur in sehr, sehr kleinen Mengen, vor allem beispielsweise in Edame, Bonkoli oder Avocado. Und das ist letztendlich die Vorschufe von NAD+. Und NAD+, ist der Schlüssel zur jugendlichen Vitalität. Und darauf werde ich jetzt eingehen. Es hilft den Mitochondrien, den Kraftwerken unserer Zelle, Energie in Form von ATP zu produzieren. Zweitens, es hilft bei der DNA-Reparatur. NAD+, aktiviert Enzyme wie Zytoine und BARPS, die DNA-Schäden reparieren und so die Zellgesundheit bewahren. Drittens, es hilft dabei Entzündungen zu reduzieren. NAD+, reduziert chronische Entzündungen, die eine Hauptursache für Alterung und Krankheiten sind. Das Problem bei NAD+, ist allerdings, dass es im Alter immer mehr abnimmt. Vor allem sind 50% ihrer NAD+, Spiegel bis zum 50. Lebensjahr schon verloren. Und das hat zur Folge, dass wir weniger Energie haben und Müdigkeit sich immer mehr im Alltag einstellt. Das Problem ist auch, wenn wir zu wenig NAD+, im Körper haben, ist, dass die Regeneration immer langsamer wird, dadurch Verletzungen sich häufen. Und gleichzeitig sorgt es dafür, durch die weniger Regeneration, dass sich Zeichen des Alters im Laufe der Zeit immer schneller einstellen. Es gibt auch einen starken Zusammenhang damit, dass wenn man wenig NAD+, im Körper hat, dass altersbedingte Krankheiten wie beispielsweise Diabetes, Herzprobleme oder Alzheimer auch erhöht sind. Aber warum ist NMN jetzt so effektiv? Im Endeffekt ist es so, dass es extrem schnell vom Körper aufgenommen wird und sehr schnell zu NAD+, umgewandelt wird. Und dadurch haben sie die ganzen Vorteile, die ich Ihnen jetzt in diesem Video nennen werde. Der erste große Vorteil ist, dass sie mehr Energie haben und vitaler ist. Wie hoch unser Energieniveau ist, bestimmt letztendlich, wie wir uns fühlen, wie wir mit der Welt interagieren und unser gesamtes Leben, wie wir schon morgens aus dem Bett kommen oder uns tagsüber konzentrieren. Aber wie kann NMN jetzt dabei helfen, dass sie sich besser konzentrieren können oder einfach grundsätzlich mehr Energie haben? Darauf möchte ich jetzt eingehen. Es fördert die ATP-Produktion in den Mitochondrien. Dadurch können ihre Zellen effizienter Energie produzieren. Es schützt aber auch gleichzeitig ihre Zellen. Es schützt aber auch die Mitochondrien vor oxidativen Stress und Schäden durch Alterung. Aber was bedeutet das jetzt konkret im Leben? Wie verändert das? Im Endeffekt ist es so, dass sie dadurch erfrischter aufwachen und den ganzen Tag ein gutes, hohes Energieniveau haben, ohne beispielsweise jetzt ein Nachmittagstief zu haben. Es gibt dazu auch wissenschaftliche Studien, die zeigen, dass dabei einfach das Energieniveau nachhaltig erhöht wird. Ich werde das unten in der Videobeschreibung verlinken. Eine Studie beispielsweise bei Mäusen, die zeigt, dass ältere Mäuse genauso aktiv waren, wie dann auf einmal jüngere Mäuse und einfach ein viel höheres Aktivitätsniveau hatten wie zuvor. Hier in dieser Studie mit Menschen wird auch ganz klar gezeigt, dass Menschen, die 600 bis 900 Milligramm NMN genommen haben, sich länger und aktiver bewegen konnten als die Placebo-Gruppe. Und das waren alles Menschen im mittleren Alter, die das 60 Tage lang genommen haben. Und gerade beim 6 Minuten Gehtest wurde eine deutliche Leistungssteigerung festgestellt. Sie schafften mehr Strecke und fühlten sich weniger schneller schürft. Ihr Körper konnte ihre Energie effizienter nutzen, was direkt auf ihre Fitness auswirkte. Schauen Sie gerne einmal unten in die Videobeschreibung vorbei. Zweitens, es sorgt für eine Verlangsamerung des Alterungsprozesses. Altern ist ein schleichender Verlust der Zellfunktion. NMN setzt genau hier an, indem es den Alterungsprozess verlangsamt. Aber wie wirkt NMN jetzt gegen den Alterungsprozess? Erstens, es sorgt für die Aktivierung von Zytoinen. Diese Langlebigkeitsgene reparieren geschädigte DNA, reduzieren Entzündung und fördern die Zellgesundheit. Zweitens, es sorgt für die Förderung der Autophagie. Dieses Wort haben wahrscheinlich schon viele einmal gehört, die sich mit dem Thema Fasten auseinandergesetzt haben. Im Endeffekt ist es so, dass NMN die natürliche Reinigung und Regeneration der Zellen unterstützt. Und das ganz natürlich. Drittens, es sorgt für eine Reduzierung von oxidativen Stress. NMN hilft, schädliche freie Radikale zu neutralisieren, die den Alterungsprozess normalerweise beschleunigen würden. Im Endeffekt haben sie da unglaubliche Vorteile, sichtbare Vorteile. Das heißt, ihre Haut, die sieht insgesamt strahender aus, sie sieht vitaler aus. Außerdem haben sie weniger Falten und sichtbare Zeichen des Alterns im Gesicht. Und dadurch haben sie ganz natürlich, ohne irgendwelche Schönheits-OPs oder sonstiges, ein jugendliches Aussehen, einfach weil die Haut vitaler und strahlender dabei aussieht. Drittens, NMN sorgt außerdem für eine verbesserte Regeneration und allgemeine körperliche Fitness. Und nicht nur, weil sie mehr Energie haben, sondern NMN sorgt letztendlich dafür, dass die Leistungsfähigkeit und Regeneration im Muskel sich verbessern. Im Endeffekt passiert das dadurch, dass die Sauerstoffnutzung im Muskel erhöht wird und dadurch haben sie am Ende eine höhere Ausdauerfähigkeit. Studien haben gezeigt, dass NMN die Muskelregeneration fördern kann, indem es den NAD-Plus-Spiegel in den Mytochondrien erhöht, das Energiegleichgewicht verbessert und die Funktion der Muskelstammzellen unterstützt. Das kann besonders für die Erholung nach körperlicher Belastung oder im Alter eine wichtige Rolle spielen. Es sorgt für eine beschleunigte Heilung in der Muskulatur, in den Gelenken und außerdem sorgt es dafür, dass Entzündungen auch in den Gelenken und in der Muskulatur reduziert werden. Viertens, Unterstützung der langfristigen Gesundheit. Gerade im Alter ist es so, dass chronische Erkrankungen wie Alzheimer, Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Diabetes oder Krebs häufig die Ursache dabei liegt, bei zellulären Prozessen auf zellulärer Ebene, was dort passiert. Durch beispielsweise Entzündungen, oxidativen Stress, aber auch durch immer weniger NAD-Plus abnimmt. Und es gibt Studien, die zeigen, dass NMN präventiv hier mit den ganzen Prozess unterstützen kann, damit eben das nicht passiert. Es kann ihre Gehirnfunktionen verbessern und das ist insbesondere sehr, sehr wertvoll, wenn man älter ist und schon merkt, ah, da treten häufig Vergesslichkeiten ein bei mir. Ich kann mich nicht mehr daran erinnern, wo ich meine Schlüssel hingelegt habe, ob Autoschlüssel oder Portemonnaie oder sonstiges. Und ständig vergisst man irgendwas. Und darauf möchte ich jetzt eingehen, wie das Ganze helfen kann. Als erstes ist es so, dass es die Energieversorgung im Gehirn verbessert. NAD-Plus sorgt dafür, dass die Mytochondrien in den Nervenzellen ausreichend Energie produzieren, was essentiell für die Gehirnfunktion ist. Zweitens sorgt es für eine Reduktion von Entzündung im Gehirn. NMN aktiviert entzündungshemmende Mechanismen und schützt die Nervenzellen vor Schäden. Drittens sorgt es zur Förderung der Autophagie. Dieser Prozess reinigt die Gehirnzellen von toxischen Ablagerungen wie Amolid-Beta, die eine Hauptursache für Alzheimer sind. Dazu werde ich auch unten einmal die Studien verlinken. Praktisch gesehen ist es so, dass dadurch reduziert wird, altersbedingte neurologische Erkrankungen zu bekommen, was extrem wertvoll ist. Es kann auch bei Diabetes helfen und den Blutzuckerspiegel regulieren. Typ Diabetes 2 ist eine der häufigsten Stoffwechselerkrankungen, die mit dem Alter zunehmen. Insulinresistenz und chronische Entzündung spielen dabei eine absolut entscheidende Rolle. Aber wie kann NMN dabei helfen? Es sorgt erstens für eine Verbesserung der Insulinsensitivität. NAD Plus fördert den Glucosestoffwechsel und hilft den Zellen zuckereffizienter zu verarbeiten. Es schützt vor Beta-Zellen. Die Zellen in den Bauchspeicheldrüsen, die Insulin produzieren, werden durch NMN vor oxidativen Stress geschützt. Praktisch gesehen sorgt es dafür, dass der Blutzuckerspiegel reguliert wird und Krankheiten wie Diabetes Typ 2 reduziert werden können. Die Studien dazu werde ich auch einmal unten verlinken. Praktisch gesehen ist es so, dass ihre Zellen im Endeffekt länger gesünder werden, dadurch, dass die Reparaturprozesse länger gut funktionieren, wie sie im besten Fall sollten. NMN kann auch für die Gelenk- und Klochengesundheit, insbesondere im Alter, eine sehr wichtige und auch entscheidende Rolle spielen. Mit zunehmendem Alter ist es so, dass sie Elastizität und die Klochdichte in den Gelenken abnimmt und das kann im Endeffekt zu Arthritis als auch Osteoporose führen. Aber wie kann NMN Ihnen dabei helfen? Sorgt es zur Stärkung der Knochen, weil NAD Plus fördert die Aktivität von Osteoplasten. Das sind Knochen aufbauende Zellen, was die Klochendichte erhöht. Und zweitens sorgt es für eine Reduktion von Gelenkentzündung. NMN senkt entzündliche Prozesse in den Gelenken, die für Schmerzen und Steifheit verantwortlich sind. Praktisch gesehen ist es so, dass sie dadurch stärkere Knochen haben und dadurch Knochenbrüche einfach weniger wahrscheinlich sind. Die Studien dazu werde ich auch einmal unten in der Videobeschreibung verlinken. Und dadurch bewahren sie sich länger im Alter ihre Beweglichkeit und das sorgt natürlich auch für die Steigerung der Lebensqualität auch im Alter. Ich möchte jetzt allerdings auch einige kritische Punkte zum Thema NMN ansprechen. Das klingt natürlich nach einem absoluten Wundermittel, mehr Energie, Anti-Aging, bessere Generation. Aber ich möchte hier auch ehrlich mit Ihnen sein und ein paar kritische Punkte ansprechen. Die Frage ist erstmal, ist NMN wirklich sinnvoll für jeden? Und Sie sehen das jetzt auch schon im Graph, dass NMN vor allem ab dem 40. Lebensjahr so richtig relevant wird. Warum? Weil, wie Sie hier schon sehen auf dem Graphen, der NAD-Plus-Spiegel mit dem Alter abnimmt. Aber in jungen Jahren ist der noch relativ hoch. Das bedeutet, wenn Sie noch in Ihren 20ern oder frühen 30ern sind, werden Sie möglicherweise nicht dieselben spürbaren Effekte erleben wie jemand, dessen NAD-Plus-Level bereits stark gesunken ist. Das bedeutet, wenn ich das Supplement 10 oder 20 Jahre später genommen hätte, werden die Effekte nochmal deutlich größer, weil der NAD-Plus-Spiegel bei mir im Blut deutlich niedriger wäre. Aber wie kann man überhaupt wissen, ob man NMN wirklich braucht? Hier wird es jetzt richtig spannend. Es gibt mittlerweile Tests, mit denen man seinen NAD-Plus-Spiegel messen kann. Das ist eine interessante Möglichkeit, um fundiert zu entscheiden, ob NMN für Sie persönlich sinnvoll ist. Wenn Ihr NAD-Plus-Level ohnehin noch im normalen Bereich liegt, könnte es sein, dass Sie nicht unbedingt eine Supplementierung benötigen oder zumindest keine hohe Dosis. Das heißt, anstatt einfach ins Blaue hinein NMN zu nehmen, könnte es sinnvoll sein, zunächst herauszufinden, wo Ihr NAD-Plus-Spiegel überhaupt steht. Wenn Sie daran Interesse haben, werde ich das unten in der Videobeschreibung auch einmal verlinken. Da können Sie dann einen Test bestellen über die Firma AVEA und können auch dafür den Gutscheincode nehmen, falls Sie dafür Interesse haben. Aber warum sollte man das NMN von AVEA nehmen und nicht irgendein anderes Produkt? Dazu komme ich jetzt. NMN von AVEA kennzeichnet sich dadurch, dass es einen sehr hohen Reinheitsgrad hat, weil es von Dritten getestet wird. Und das sorgt letztendlich dafür, dass keine Schadstoffe oder irgendwelche Zusatzstoffe in dem Produkt sind und dadurch der Wirkstoff sich maximal entfalten kann. Dadurch hat man im Endeffekt die maximale Qualität für die beste Dosierung. Zweiter wichtiger Punkt ist, dass das Preis-Leistungs-Verhältnis bei AVEA absolut stimmt, wenn man das mit anderen Firmen vergleicht. Und deswegen schneidet hier AVEA für mich persönlich einfach deutlich am besten ab. Der dritte Punkt ist, dass einfach mittlerweile über 10.000 positive Bewertungen auf den Online-Shops sind, was für mich persönlich für großes Vertrauen sorgt, weil einfach sehr, sehr viele Kunden schon bestätigt haben damit, dass dieses Produkt wirklich gut ist und auch letztendlich wirkt und einen Nutzen für sie hat. Was hier auch gut ist, dass die Dosierungen so gewählt sind, dass es einen wissenschaftlichen Effekt auf die Gesundheit hat und nicht, dass es entweder zu hoch ist oder zu niedrig. Und dadurch ist es absolut perfekt, meiner Meinung nach. Außerdem ist es positiv auch anzumerken, dass es nachhaltig verpackt wird, das heißt ohne zusätzlichen Plastik. Das heißt, dass es auf das Wesentliche beschränkt ist. Und das kennzeichnet vor allem die Firma AVEA aus. Und dementsprechend kann ich das mit gutem Gewissen vorstellen. Was mich außerdem überzeugt hat, ist, dass das Produkt auf zahlreichen Studien basiert und nicht nur etwas wischiwaschi einfach gesagt wird, sondern dass es wirklich untersucht wurde und stichhaltige Ergebnisse liefern kann. Und was ich auch sehr sympathisch finde, dass das Produkt in Europa hergestellt wird, das bedeutet strenge Qualitätskontrollen, hohe Reinheitsstandards und geprüfte Sicherheit. Ich finde es großartig, dass hier auf Qualität und Transparenz gesetzt wird. Wer Interesse an diesem Produkt hat, gerne einmal unten in die Videobeschreibung reingucken. Da werde ich auch einen Rabattcode verlinken mit 15% Rabatt für dieses Produkt. Ich kann es euch wirklich sehr empfehlen. Und es gibt auch eine 90-Tage-Geld-Zurück-Garantie, wenn man sich dann doch nochmal umentscheidet. Wenn Ihnen das Video gefallen hat, würde ich mich sehr freuen, wenn Sie dem Video einen Daumen nach oben geben. Schreiben Sie Ihr Feedback gerne unten in die Kommentare rein. Falls Sie noch Fragen haben, werde ich die gerne beantworten. Falls Sie mehr solcher Videos auf meinem Kanal sehen möchten, dann schauen Sie uns hier links und rechts oder unter der Videobeschreibung mal vorbei. Da habe ich noch mehr Videos für Sie, wie Sie Ihre Gesundheit nach und nach weiter verbessern können und auch präventiv arbeiten können. Ich möchte mich auch einmal herzlich bedanken bei meinen Kanalmitgliedern, die meinen Kanal mit einem kleinen finanziellen Beitrag jeden Monat unterstützen. Vielen Dank für Ihre Unterstützung und ganz zum Schluss wünsche ich Ihnen alles erdenklich Gute. Ich hoffe, wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin. Tschüss.